hallo meine freunde hallo herzlich willkommen zu einem weiteren teil shell shock live ich bin mit dem marcel im team und wir spielen ein team deathmatch gegen one und und groß mag einmal hallo hallo ich habe mich bewegt ja ich auch nicht aber die fangen ja ja mal gucken wie wir uns zerschlagen ja wir kriegen auch immer dick auf die fresse weil wir auch nicht zusammenstehen wie immer alter ich meine nicht so viel verloren wie eben am anfang ich war nach oben jetzt stehen wir noch dichter zusammen nicht schlimm ändern wir gleich ich gehe auf der wohnen ja ich guck mal wo ich draufgehe ach so noch nicht ich kann die waffen nehmen ich schieße ein back roller todesgewicht kriegen natürlich ein double damage wie soll es auch anders sein ja sicher und in perfekter position natürlich das ist ja schon leicht unfair ein bisschen also costa hat dann schon mal die der trifft im haferball alter ich habe noch sechs leben aber du hast meine waffen da liegen muss ich die einsammeln also das ist die guten scheiß christ du solltest dich weiter bewegen weil da kann ich nicht wenn man nix reicht ja 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 meist immer platt ja alles gut gemacht oder super also er schmeißt der andere schmeißten mega erdbeben du bist auf jeden fall tot ja meine freunde bis gleich so meine freunde sind wieder bei einer weiteren runde jetzt spielen wir den spielmodi marksman wir müssen die zielscheibe treffen das kennt ihr ja schon jetzt zusammen mit dem marcel der ist noch mit von der partie und mit einmal multi boss und mit banana ganz ja zwei random spieler und das ziel ist halt jetzt immer diese zielscheibe zu treffen mal sehen daran ist die wird immer kleiner oder sondern der mensch gemacht kannst du auch recht ja die extra ep xp verdient oh marcel ist schon nicht mehr einfach er wird schon etwas schwerer ja also weit weg ist das wird für ihn jetzt schwierig ich kann einfach um rüber schießen ja ich schaue das war shadow easy easy going das ist auch sehr einfach ja du hast aber euch die harten schüsse hier du bist ja der fernkampf sniper alles klar oder das laser kanon oder so war das alles klar der hat natürlich wachen zur verfügung kleiner ja schon wird es klar aber machbar kein problem für mich den o ja na da ist ein ding rausgeploppt d hab ich gemacht o marcel ja nicht schlecht ach so das geht jetzt das geht jetzt so lange weiter bis der letzte die runden lange und wenn ich mal klein hatte casting ja aber die werden später ist nur noch ein kleiner punkt mit mehreren leuten macht es sogar noch mehr spaß ja wo sie sich kleinen stück hat er noch weiter fahren müssen und aber so durch weiter schnieke wird das nie alles klar gut da sind wir dann da sind wir dann wohl nur noch zu zweit ok der karte so regen spray jetzt loslegen 56 ich vertraue eben dass er das hinkriegt ja gut das ist noch einfach für dich das ist für mich könnte dass der weg der es ist der weg der der im kleinsten level hat es gerockt sehr schön gut da würde ich sagen hängen wir noch einen dran so meine freunde da sind wir wieder bei einer runde deathmatch ich zusammen mit den post mag der irgendwie nah hier rüber kommt ja der geht auf eure seite der mauer der mag uns aber der kassiert jetzt erstmal aber ich glaube den juckt das nicht wirklich glaube ich auch nicht er ist der babo hier betreibt du mal ein bisschen terraforming was macht doch die beiden bekriegen sich da vorne finde ich mal gut also müssen wir uns bekriegen ein messer 80 blöder teleporter aber ok den werde ich vielleicht erwischen ok er zu mich was macht er da weiß ich nicht er will den doppel der menschen soll er ruhig versuchen aber immer gespannt könnte sogar sein dass ich ihn treffe grande finale ich habe mich ja weit bewegt ouch warum ist er denn kacke die kante war zu weit ein bisschen ich habe mich nicht bewegt kack schwarze loch im weg gg so werdet ihr uns treffen ich denke mal nicht du doch 28 schaden hast du gemacht ich wollte mich vielleicht auch mal bewegen aber was ist denn ein bounce plot oder dass sie diese großen pinken bälle die andauernd überall hin und her springen ja mein teamkollege ist gleich tot dennoch fünf leben So ne Kacke Der ist Level 70 Gott him Ja, schön, dass du ihn hast Ich hätte ihn auch gehabt Er hat nicht viel gehabt Jetzt bist du dran Ja Also du solltest Level 1 killen Meinst du? Der macht dich auf jeden Fall alle Ich meine ich auch, aber Er auf jeden Fall zuerst Ja, ich habe noch nichts vernünftiges Hm, ich habe jetzt auf 35 abgezogen Ja Ja, ja, du bist freundlich Ist das klar Du bist im Loch, bist du? Ja Nein 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 Ja Ja Alles klar Das war ja eine tolle Runde Und es gibt keinen schönen Sound Doch, naja Der ist nicht ganz so schön Das Whistle ist, finde ich, schon besser Super, Freunde Danke fürs Zusehen Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet Bei Shellshock Live Bis dann Ciao Ciao, ciao 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 Ciao